Wird das größte Konzert ihrer bisherigen Karriere. Sechs junge Sängerinnen und Sänger sind die Kandidaten für den diesjährigen Emmerichs-Mohler-Förderpreis. Hier in der Landauer Jugendstilfesthalle werden sie gegeneinander antreten. Eine Woche zuvor sind sie nach Deutschland gekommen, um sich mit Orchester und Dirigent auf dieses Konzert vorzubereiten. Sie wollen das Landauer Publikum überzeugen, wer die beste Sängerin und wer der beste Sänger ist. Was bringen sie mit? Unser Instrument ist unsichtbar und wir können unser Instrument nicht anfassen, nicht sehen und nur fühlen. Javid Samadov ist Bariton und kommt aus Aserbaidschan. Er studierte in Italien und Russland, jetzt lebt er in Nürnberg. Es ist nicht sein erster Wettbewerb als Opernsänger. Auf uns? Auf uns? Ja. Ah, zu uns. Zu uns. Träsen, träsen. Reisen und neue Städte gehören für die jungen Sänger zum Alltagsgeschäft. In ihrer freien Zeit besichtigen Javid und Silvia Kaiserslautern, trotz des schlechten Wetters. Where are we are? Ah, Zugang, hier, genau. Ja. 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 Ich bin. Hier, ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Musik Die Nummer von den Frauen von Don Giovanni in der Aria geht runter, also in Lamania, also in Armania, in Italien, in Francia, immer weniger, 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 aber in Spanien, das ist 1003. In Italien, okay, in Deutschland auch. Was kommt danach? Ja, in Frankreich 100, in der Türkei 91, schon schwieriger, aber in Spanien, ja, das ist gut, 1003. Ah, la va tutto bene. In 1991, mai in Spanien, mai in Spanien, mai in Spanien, mai in Spanien, ok, 1003. Ich habe nur heute 15 Minuten oder 20 Minuten so geübt. Ich habe nicht mit ihm probiert, aber habe ich sofort verstanden, das ist mein Dirigent. Ein bisschen vorwegnehmen. Wenn du es langsamer willst, machen wir es, aber nicht gleich. No, 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 faciama come, ha detto. Cento in Francia in Turquia, no ventuna, ma, 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 ma in Spanien, ok, dove siamo, ecco, wo sind wir? Ach ja. Cento in Francia in Turquia. Cento in Francia in Turquia 58. Ich bin nie der Meinung gewesen, dass auf einer Seite ist die Technik oder die Präzision oder die Genauigkeit und auf der anderen die Interpretation. Die zwei Sachen gehen meiner Meinung nach absolut zusammen. Da, meine Damen und Herren, die zwei Sachen gehen meiner Meinung nach. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Alle haben Bilder aus ihrer Heimat mitgebracht. Ja, Steinzeit-Skulpturen. Unser Haus in Aserbaidschan. Meine Mama. Ja, das ist meine Frau. Oh Gott, so ein schönes Kleid. Das ist mein Sohn. Ihr werdet ihn sehen. Das Konzert rückt näher. In der Landauer Jugendstilfesthalle steht alles im Zeichen der jungen Opernstars. Jeder probt noch einmal intensiv. Jede Note, jeder Schritt soll perfekt sitzen. Es ist das Besondere am Landauer Gesangswettbewerb. Das Publikum entscheidet darüber, welche Sängerin und welcher Sänger den Emmerichs-Mohler-Förderpreis erhalten. Keine leichte Entscheidung. Ich mag mehr dramatische Stimmen. Also ich habe für die Silvia und für, wie heißt sie nochmal, den Dom gewählt. Der Aserbaidschaner. Bei den Männern. Bei den Männern. Bei den Männern. Applaus 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 Musik 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 Musik